Dr. Ralf Kundl, Betreuer, Prof. Dr. Ralf Steinmetz. Herr Dr. Kundl, bitte sehr. Jetzt hätten wir gern gewusst, was Sie in Ihrer Dissertation geschrieben haben. Genau, ich habe mich mit dem Internet befasst. Und zwar konkret, wie kann man das besser machen. Besser heißt zum einen leistungsfähiger, zum anderen aber auch energieeffizienter. Und wir haben ja vorhin von dem tollen Geodreier gehört. Das hat ja drei Ecken, nicht nur eine. Wie kann man auch die anderen zwei Ecken besser mit zukünftiger Technik umsetzen. Konkret habe ich mich da mit Hardwarebeschleunigung befasst. Und ja, die Ergebnisse haben gezeigt, dass das ein ganz guter Ansatz sein könnte. Und hoffentlich wird in Zukunft auch vermehrt umgesetzt. Wunderbar, dann profitieren wir ja alle davon. Hoffentlich. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. So, die Urkunde, der Fotograf. Danke Ihnen. Danke schön. Einen schönen Abend. Gleichfalls. Danke. Vielen Dank.